Ein wunderschön, mein Name ist Mola Adebisi, Moderator von Viva der ersten Stunde, manche werden mich noch kennen. Und ich bin natürlich gerne an der Start an der Vatacant in Hamburg und wünsche natürlich allen Spielern, die auf dem Weg sind in die Erste Liga, natürlich den Besten hier auf ElbkickTV. Bleibt hier dabei, schaltet mal ein, schaltet am besten gar nicht erst weg. Big up. Musik